Ich freue mich, dass wir als RWTH Aachen beim TK-Projekt Bewegt Studieren, Studieren Bewegt 2.0 dabei sein konnten. Wir wissen von diversen Studien, dass Studierende gerade dann, wenn sie unter besonderem Stress stehen und sich in Prüfungsphasen befinden, Sozialkontakte und Entspannung vermeiden. Hier setzt unser RWTH-Projekt an. Wir führten eine bewegte Lernpause durch. Erfolgreiche Erfahrungen mit so einem Angebot haben wir bereits im Studierendenpausenexpress gewonnen. Jetzt sind wir bei der bewegten Lernpause mit sogenannten Vitality-Bikes zu den Lernorten gefahren. Vitality-Bikes sind E-Bikes mit Spielmaterialien in Form eines Lastenrads, mit dem unsere Übungsleitende vor Ort hingekommen sind. Hier haben sie die Studierenden aus den Lernräumen und aus der Bibliothek herausgeholt und mit dem vorhandenen Spielmaterial in Bewegung und in Spannung gebracht. Darüber hinaus haben sich natürlich die Sozialkontakte ergeben, die genauso wichtig sind, um Entspannung zu finden. Im Sommersemester 2022 haben 500 Studierende erfolgreich an diesem Projekt Bewegte Lernpause teilgenommen. Aufgrund der großen Nachfrage und des großen positiven Feedbacks der Studierenden wollen wir die Bewegte Lernpause auch über den Projektzeitraum hinaus weiter durchführen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.